Ein Mix aus elementarer Energie wird auf euren Gegner geschleudert, der daraufhin vergiftet, verbrannt und elektrisiert. Nett. Abstufe 24, also... Quasi haben wir eh nichts mehr vor uns. Nett. Kannst du dich jetzt hinlegen? Ja, danke. Dann kann's ja weitergehen. Wenn noch drei solche Leechs kommen, dann hab ich ein Problem. Up. Flop. Sieht aber irgendwie cool aus, diese Blitzanimation, muss man sagen. Hui. Flop. Ich bin... Darth Sidious. Flop. Flop. Tag. Zwei zur Lebenskraft, fünf zur... Nehmen wir mal mit. Buch. Dieses Buch wurde... Seid mir nicht böse, das lese ich jetzt nicht. Bücherregal, enthält nichts. Buch. Piratenoma, nein. Bücherregal. In Bücherregalen tut man natürlich was rein. Gold, da, das habt ihr richtig erkannt. Erdbeerkuchen. Aha. Mhm. Gold. Okay, da hätte ich so und so rein müssen. Und diese Musik, die ist echt... Wow. Sieht sehr nett aus, übrigens, das, was hier da vorne so ist. Wah. Wah. Ja, wo kommt jetzt... Halleluja. Was geht jetzt hier auf einmal falsch? Welches interstellare Raumschiff hat euch wieder abgesetzt? Fomp. Meine Energie ist aufgebaut. War klar. Oh, Mann. Oh, boy. Flomp. Ich hoffe, dass da oben jetzt kein Gegner mehr kommt. Hui. Aber da ist ein Gegner. Da draußen ist ein Zombie. Oh, aber den könnte ich vielleicht noch erschlagen. Nicht meine Gesundheit im Auge behalte. Auge behalte. Jo. Äh, was... Blah. Sollten Abteien nicht irgendwie von... Mönchen oder sowas beheimatet sein? Ich meine ja nur. Soll ja keine Kritik sein oder so, aber... Verfluchte Stahlskelette. Verfluchte Stahlskelette, meine ich. Meine Herren. Oh, das funktioniert sogar schon. Cool. Wups. Dann gehen wir gleich wieder weiter in diese verfluchte Abtei. Ich habe ein irrsinnig gutes Gefühl, weiterzugehen. Keinerlei Angst. Du bist tot. Du auch. Prunk, helle Barde. Nehme ich einfach mal mit. Ich könnte mir auch die Karte wieder herholen. Mh, 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 mh. Hier war anscheinend mal das Esszimmer. Oh, ein Brot. Nehmen wir natürlich mit. Wer weiß, wie lange es schon da liegt. Blup, 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 blup. Ui. Ui, 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 hi. Meine Herren. Immer diese aggressiven Skelette hier. Fomp. Gibt es hier irgendwie was von Bedeutung? Panel. Kurzdeutsch. Ein. Topf. Pilze. Gut. Pilze. Wieso läufst du nicht mehr? Ah, deswegen nicht. Ähm. 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 Darfst du dich auch wieder erholen? Ist es nicht? Ausdauer? Hallo? What the? What the fuck? Ist damit was zu tun? Ja, Tatsache. Das ist diese helle Borde. Du. Mhm. Okay. Wieso zieht mir das ab? Ich will mal ganz schnell was probieren. Sichern. Ja, verstehe ich. Mhm. Ähm. Labarde des Steins. Irgendwas zieht mit dieser Waffe nicht. Mhm. Okay. Ähm. Finde ich nett, dass mir das irgendwie was abzieht. Hm. Ist mir gar nicht aufgefallen. Auf alle Fälle solltest du dich beeilen. Ähm. Da das was extraines ist, kommst du da rüber. Und ich hau ja ab. Wow, was war das? Magisch verzauberte Waffen. Wie cool. Oh, hi. Ciao. Folgerschwerer. Hm. Hey. Das ist überlebt. Boom. Boom. Genau. Kommt alle hierher oder dann sterbt ihr mal eben schnell? Bombs. Goldmünseln. Gut. Gut, 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 gut. Hi. Hi. Jo. Vertraue dieser Partei komplett. Also da ist ein Rubin versteckt. Dankeschön. Tränke, tränke, tränke. Das tat gut. Nein, was hab ich jetzt gemacht? Nein. Gut. Ich speichere hier davor nochmal, bevor ich da runtergehe, weil ich hab irrsinnig gutes Gefühl da runter zu gehen irgendwie. probieren wir das mal. Wow, wow. Wow. Was war das? Was war jetzt das? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Autsch. 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 Das war zu früh. Ah, nett. Ah, okay. Ich hab mich gar nicht erschrocken. Nein, absolut nicht. Alles cool. Nett. Was? Zum Geier? Wann ich mich verarschen? Ähm, okay. So was liebe ich. Flop. Hm. Meine Energie ist aufgebaut. Hm.